Musik 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 Wir schaffen das man Alter bin ich aufgeregt Ja wie lange dauert das noch alter Das Ding ist halt ich bei Bandicam ich kann nur 10 Minuten aufnehmen Dann muss ich wieder neu starten Egal Musik Ok da ist die Kunden Vlog abbauen setzen dann gehen Wir schaffen das Noch nicht abbauen lassen erst wenn es 1 ist Also 0 abbauen Alter mein Herzog Ich hoffe ihr hört mich gut Leute Alle Hashtag Baronea Runzen 9 8 6 6 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 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 6 5 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 6 5 6 6 wohnen er zum glück mann heute zeigt wie lange nehmen wir jetzt auf ich glaube ich habe keine ahnung ja gar nicht geklickt ja ist so erwart ich mach mich schon mal rufen ist kurz nein 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 aber wir brauchen essen wir brauchen viel mehr essen ich habe einen ofen gemacht hier war jemand glaube ich nein 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 mach es oben schnell ja hier ich mach uns schon mal so sachen dass wir bessere schwerte haben und so alter bin ich aufgeregt man sich das genau ein teil sammeln okay hier weiß das schwert danke halt habe ich aufgeregt man die ersten sekunden war so verdammt auf das holz ich meine kohle pass auf warte hol die kohle aber pass auf mich hier gewissen vielleicht baut sich das ab und so eine scheiße ich verhungere gleich ne warte schon mal okay aber nicht alles ich brauche ja ich esse die zwei die hier drin waren okay ich gebe ich also weil ich mir auch empfangen alter bin bin ich auch noch ein bisschen besser okay jetzt ab jetzt nicht mehr so spannend aber es kann ich mal werden ich mache ich mache die labe das was zombie also man okay mann weg du kriegst kind alter so er ist wieder raus ich baue hier noch mal ich baue kohle nein warte warte warum sowieso noch mehr essen sonst sterben wir unten wenn ich bin die kontaktion glück haben wir also bis jetzt sind wir gut dran wort ich blende da ey wir müssen das hier sicher machen nicht dass wir mal hier runter lauten so okay warte kurz egal ich habe hier in dem essen das ist ja jetzt wieder auf okay das meinte ich ja leute hat halt einen schlechten pc ja kann ich nicht schlafen warte mal ein bisschen nach oben wort aber wir essen und essen wir mal ein das essen was wir haben und alles okay ich bin jetzt Prozent ja ich hab jetzt voll kurz runter okay soll ich runter gehen bist du das dahinten ah ja bist du scheiße soll ich runter gehen noch nicht was ich mache ich so eine kleine treppe warte ja mach das schon mal alter ja wir müssen jetzt auch 15 minuten lang durch geredet also nicht durch genau mal ja das ist ein bisschen halt ein thema haben er könnten uns auch vielleicht fragen stellen und was sonst was oder und unbedingt tipps am besten ist das der abbaut am besten und bei näher und unten in den kommentaren weil ja macht keinen sinn es geht so als bei ihm ja okay also die die oh mein gott das grieber weg weg geh weg und so einfach nicht dass so hoch kommt dann zu bauen habe ich nicht aber so gut okay alter bin ich aufgeregt warte mal wer hast du den gekippt oder ich den einen den einen da keine ahnung ist egal ja ja das steht auch an der seite wie lange was soll er noch sekt was schon noch sechs er sieben minuten nur noch sieben minuten essen habe ich nicht leider ich glaube wir können rausgehen oder war ich esse ich gehe raus okay wenn jemand nicht komm mit dann ich komm mit doch doch glauben ist besser glauben wir kommen ja wenn das jemand gekommen ist ja wir wollen ja okay baue du ab und so irgendetwas und nicht töten halt werden wir sind ja okay bau du ab und das ist nicht tödt wird ich nicht weg weg einfach weg warte weg weg da da hinten war jemand wart komm runter ich hab da irgendetwas sehe ich ja komm runter wo bist du wo bist du warte komm runter in die kühle kühle bei dir der explodiert gleich alt war dies find jetzt brauchen wir jetzt nicht warte heute es wird gleich tag und dann ist viel besser da unten als weißt du viel essen noch gewalt kurz was auch nicht das creeper passiert da ist ja keine ahnung ich sehe nichts mache fünf ich meine alter man ich war okay es wird tag es wird tag das ist gut ja dürfen wir ich bin nicht zu leise ihr müsst unbedingt uns tipps in den kommentaren schreiben wie schon gesagt wir haben das bei mir ziemlich leise also ok komm jetzt runter ich glaube wir haben warte noch essen es wird jetzt tag ja warte kurz aber ich hole jetzt alle sollen wir uns hier die koordinaten merken oder nicht ja schon würde ich sagen wir brauchen wir essen ich habe das ganze essen gesaved warte ich nehme einfach alles von hier unten mit boah alter aber da ist übelst viel gut das wäre eigentlich gut aufgehoben hier unten sind wir gut aufgehoben das ist eine höhle alles ja lass mal kurz erstmal teilen ja es ist nicht ey renn nicht zu viel lauf ihr ja komm komm jetzt kommt erst mal essen essen ok essen ja hier habe ich nein ich meine essen fahren und dann gehen wir wieder runter weil sonst warten ist zucker laufen wir einfach gerade aus folgen wir ok halt habe ich angst ey wir sollten eigentlich gelobt schon eisen fahren gehen liga ja warte ich hole kurz als ob sie können ja komm schweiz drauf man später ja warte 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 ja da gibt es nicht ne komm zurück doch doch hier an der seite ja komm hier zu der seite man gut so alter ok ich habe auch hier noch zucker hier ist nochmal eine höhle da geht sie runter komm zu mir wo bist du hier hinten digga wo nach hinten wieder wo bist du geradeaus nach hinten laufen wieder ok warte das bist du oder ja war hinter dir hinter dir komm jetzt hast du essen gefunden hä hä folgt mir kurz folgt mir kurz folgt mir kurz nein folgt du mir oder ja gehen wir auch komm wir gehen farmen digga komm wir gehen farmen aber ich hab nicht so viel essen ne ja eben das ist halt das Problem nur vier gebratenes hähnchen ok geh du schon mal runter ich weiß wo es ist du hast eh bleib da einfach ok ja ich weiß auch wo es ist probier das schon fahren ja probier da vorne oder probier schon fahren wenn die kommen ich komm direkt nach vorne das ist keine gute ich glaub mir ne komm doch oder ja jetzt eisen ok ich hab nochmal so ein getötet 3 4 5 6 7 alter ich muss grad äh ich musste grad nachdenken wie wir den einen da getötet haben alter oh ne scheiße war das überhaupt keine ahnung boah ich dachte wie wir sterben ehrlich ich dachte wir sterben wegen den legs ja ja ich hab Apfel ich hab Apfel nein oder bitte sammeln dich ich scharf ja ja wo bist du wo bist du ja ey ich hab hier glaub nen Namen gesehen warte kurz ich nehm kurz das Essen vorm Schaf mitzustellen ich hab gesagt komm einfach zu mir ok ich hab gesagt es ist keine gute Idee ja ok ich renne zurück ich renne zurück ich hab kurz gesagt vorm Schaf hier ist noch ein Huhn hier ist noch ein Huhn alter man wenn ich auf den guten Start bekommen ne ja das mein ich ernst wir haben auch 6 ich muss ehrlich sagen die sind jetzt nicht ultra nice ja es geht halt es geht gleich mal so viele ja ja aber ein paar konnte ja noch nicht mitspielen ja ich komm ich komm ich komm wie schon gesagt ein paar konnte gar nicht mehr mitspielen ok die Folge ist jetzt gleich zu Ende wir bauen uns allein komm schnell komm schnell komm schnell komm schnell hier runter oder kann man kann man auch nach dieser folge noch mal aufnehmen oder ja oder einmal einmal kommt zu ein bisschen ja okay es ist gut so ist gut so machen dass wir schon braten können und so alter mann aufgeregt hoch 90 man ja mann noch ein paar sekunden ich habe noch ein apfel vier faden fehler so kalor habe ich noch ja okay warte ich platziere kurz mal weiße wolle und kies habe ich ich versuche mal was rauszukommen letzten 20 minuten ich baue hier noch alles kurz ein bisschen weg geht kurz weg komm komm bau dich irgendwo ein ja chill chill bau die auch so etwas nein nein doch doch raus so ok alter alter ach du scheiße mann wow leute oh mein Gott das war jetzt weil etwas spannendes ja ich würde da mal sagen das war's mit der ersten folge war wir haben echt richtig zerstört noch irgendwie also ja wir haben echt zuerst wir haben echt guten start erwischt leute ja da wir sagen leute das war's mit der folge tut mir echt leid ich mache noch die zeiten rein für die langen folgen halt wie schon gesagt bei mir wird es in der zweiten folge wird man mehr und besser hören und ja bei mir tut es halt einfach leicht und wir nehmen glaube ich noch mal auf oder jetzt ich glaube schon auf jeden fall ja tschau leute tschau